Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar ist Loredana auf jeden Fall ihrem Motto Boni und Kleid treu geblieben. Ihre Sonnenbrille hat sie auf jeden Fall nicht vor ihrer Identität beschützt. Sie soll mehrere hunderttausend Euro einer Familie ausgebeutet haben. Deswegen sitzt die junge Frau im Knast, beziehungsweise jetzt wurde sie auch schon wieder rausgelassen, da keine Fluchtgefahr besteht und sie höchstwahrscheinlich nicht abhauen wird. Die ganze Aktion ist auf jeden Fall nicht so cool, also ich finde es auf jeden Fall nicht so lustig. Ich habe auch mal ein Video von denen gesehen, also von ihrem Mann und ihr, bei einem Video von Leon, glaube ich, das ist ein Wieviel ist dein Ausfitwert Video. Da waren die zwei auch und ich finde das Video übelst unsympathisch, weil die die ganze Zeit übertreiben. Ich meine, er hat ganz normal gefragt, zum Beispiel, wie viel kostet das, wie viel kostet das. Und am Anfang war es ja noch witzig, zum Beispiel, wie man sagt, okay, das habe ich für zwei Euro aus Türkei gekauft oder so. Aber irgendwann war es dann halt auch nicht mehr lustig. Also ich finde das Video auf jeden Fall nicht so sympathisch. Naja, auf jeden Fall genauso unsympathisch ist die Aktion, die die beiden gestartet haben, beziehungsweise Loredana. Ja, wir schauen mal kurz rein hier, was sie angestellt haben. Sie soll ein Paar um rund 800.000 Euro betrogen haben. Rapperin Loredana festgenommen. Sie ist eine der aktuell erfolgreichsten Schweizer Künstlerinnen. Laut Medienberichten wurde sie nun aber verhaftet. Die Polizei hat die 24-jährige Loredana in der Stadt Luzern festgenommen. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung wegen Verdachts auf Betrug eingeleitet, gemeinsam mit ihrem Bruder ein Valiser Paar um insgesamt rund 790.000 Euro erleichtert haben. Ja, krass auf jeden Fall. Ich meine, welche Familie hat schon 800.000 Euro? Aber jetzt kommt das Krasse an der ganzen Geschichte, wie die das Ganze gemacht haben. Wo steht es denn hier? Ja, auf jeden Fall, kurze Zusammenfassung. Die Geschädigten haben den Bruder über das Internet kennengelernt. Er hat daraufhin Kontakt aufgebaut. Er erzählt, seine Mutter sei krank, braucht der Geld für die nötige Operation, um sie zu heilen. Aber man habe das Geld nicht und habe dann um Geld gebeten. Die haben dann so gut, glaube ich, wie sie sind, das Geld natürlich überwiesen. Und um das Geld zurückzubekommen, hat sich dann Loredana eingeschaltet als Anwältin. Sie hat sich als Anwältin ausgegeben, um das Ganze zu klären. Und ja, die Kosten der Anwältin sind dann auch nochmal mit reingeflossen. Und insgesamt haben die zusammen dann ca. 800.000 Euro auf jeden Fall aus deren Tasche gezogen. Ist auf jeden Fall schon richtig krass. Ich finde es auf jeden Fall nicht so cool, vor allem die Story mit der kranken Mutter. Ein wenig respektlos gegenüber denen, die wirklich eine kranke Mutter haben. Meiner Meinung nach. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, das war es auch schon. Farid Behring hat auch noch einen witzigen Instagram-Post rausgehauen. Feiere ich auf jeden Fall mega. Das Ganze werde ich auch einspielen lassen. Und ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, liked gerne das Video, abonniert meinen YouTube-Kanal, folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.